Musik 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 Heiho, heute mal Nuketown, so, frei für alle, das ist aber schön, da verliere ich wieder, heiho und let's go. Oh oh, ja, was willst du denn da machen, wenn da drei Leute kommen, kannst du eigentlich gar nichts machen, der ist tot, da drin ist einer, da drin ist einer, fuck, ah, die komischen Puppen irritieren mich irgendwie ein bisschen, zack, nochmal eins, dann kommt einer von hinten, sage ich doch, Nummer zwei, noch einer von hinten, oh, 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 man ey, oder von vorne, dann setze ich genau dahin, wo ich war. Oh, geh nieder, oh, Abschaum. So, jetzt gehen wir mal schön aufs Dach. Yo, was geht denn? Mamamogun, welcome to Nuketown, cool. Uah. Shit. Den hätte ich gerne noch gekriegt, aber naja. Was willst du denn machen? Jetzt kommt eh gleich wieder einer von hinten. Wow, wow, wow. Das sind ja viele Predators. Ach, Mann. Der Messermann war wieder da. Zack. Abgeknallt. Oh, Mann. Hätte ich den wenigstens noch gekriegt, ey. Wieso nur? Wieso? Shit. Da ist einer. Den holen wir uns. Oder nicht. Fuck, da will ich nachladen. Da kommt der nächste, der gerannt. Oh. Das ist hier reines Gemetzel. Fuck. Der Messermann. Der alles kann. Ah, nee. War ein anderer. Aber egal. Da drin ist einer. Da drin ist einer. Ey, wie jetzt? Hab ich den nicht gekriegt? Was ist denn dort für ein Kuck, ey? Wie habt ihr euch denn die Ballern? Abballern. Fuck. Alter. Soll ich den 2000 Kugeln in den Bauch rammen? Oder schießen? Rammen. Ja, das wär's. Meine Fresse. Manu. Die ganzen Atzen. Sind alle zu stark für mich. Ah, Rückzug. Ah, oh Mann. Ich wollte den Messern, aber nein. Ach, Mann. Da macht er mich vorher platt. Die verlogene Bitch. Oh, jetzt hab ich natürlich keine Muni mehr. Shit, ey. Zum Glück hat er mich nicht mitgekriegt, ey. Hab ich ein Glück. Hab ich ein Glück, Leute. So was von ein Glück. Jetzt geh ich erst mehr Rinder. Das ist schon der Nächste. Oh. Fuck, da ist er. Ich hab dich. So muss man fangen spielen. Ich hab dich. Ich hab dich. Ich hab dich nicht. Natürlich nur virtuell, gell, Leute. Spaß beiseite. Jetzt krieg ich dich, du Arsch. Fuck. Gehen wir erst mal ins Schwimmbad. Ach, das ist der Keller. Ich dachte, das ist immer ein Pool oder so. Ein Schwimmbäcken. Seht ihr mal, wie man sich täuschen kann. So, der ist hier runtergegangen. Und dann wurde er getötet. Der Messermann. Der zweite Messermann. Oh. Boah, eingeballert. Lager hier. Vom feinsten. Wow, wow, wow. Was war das? Ey, Leute, wollt ihr mich verarschen? Jetzt kommen sie von allen Seiten, ey. 11, 19. Buh. Buh. Niederlage. Ich kann diese Niederlage nicht vergrafen. Jetzt müssen wir nochmal spielen. Normal. Spiel. Und nochmal spielen. So lange, bis wir erst da platt sind. Nein. So lange, bis die Spielfreude vorbei ist. Natürlich. Noch lange nicht. Noch. Gar nicht. Ha, ha, ha. Na dann, Tschüss.